Ich brauche meine Rakete! Ich brauche meine verfickte Rakete! Ganz ehrlich, wie können die zielen? Ganz ehrlich, warum fliegst du so blöd? Ganz ehrlich, ich flieg hier wie Gott und dann schießen mich zwei Schiffe ab! 12 Uhr, 12 Uhr, 12 Uhr! Da, 12 Uhr! Da ist ein, ein, ein Enemy! Da ist ein Enemy! Wo ist bitte 12 Uhr? Hä? Ja, dreh mich einfach! Ich hab ne Digitaluhr! Ich hab ne Digitaluhr, Mama! Ja toll, wieder 12 Uhr! Stier, ach so, das ist unser... Gib Gummi, du Sau! Oh! Oh Gott, wie awesome sah das denn aus? Oh nein, 12 Uhr! Nein, ich versteck mich! Fahr einfach jetzt durch! Gib Gas! Und jetzt! Ich fahr jetzt ganz bestimmt nicht rechts! Oh Scheiße! Ne, der hat uns nicht getroffen! Der kloppt, der wegt dann auch wieder zurück! Und Gummiboot! Hallo Gummiboot! Hallo Gummiboot! Ich bin auch bei dem jetzt drin! Hallo! Aaaaaaaaaaaaaaah! Gutschen! Guck mal lieber nach oben, du Arsch! Was ist denn da? Boah, Helikopter! Auf ihn! Was denn, Alter, ich hab... Gummiboot! 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 Kampffelikopter! Da bin ich voll dafür! Jetzt sind wir im Arsch! Du weißt schon, dass der Helikopter hinter uns ist? Boah! Fahr, du Sau! Nicht bremsen, Alter! Ich durchgleicher den seinen Kopf! Aaaaaaah! Carsten! Wir wurden von Spider-Man umgebracht! Oh, wir haben so'n kleines Problem da neben uns! Wenn wir Glück haben, kümmert sich das große Boot um den! Alter, kümmere dich doch um diesen scheiß Helikopter, du Bob! Der geht schwimmen! Jaaaaaaah! Oh oh! Oh oh! Hast du gesehen? Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Ja, ich weiß das! Das ist das Boot aber voll! Fahr, Mann! Hey! Ich muss sehen, wo der kommt! Jetzt! Ich weiß noch nicht! Ich hab gedacht, vielleicht kommt der von deiner Seite! Ich hab einen! Ich geb dir, wie du lebst noch! Ich verrecke gleich! Ich hab einen! Carsten, da kommt ein großes Boot! Ich wünsch dir viel Spaß! Wir verarschen! Das Boot geht immer noch! Das war aber ne Raketenwerfer! Bleib da, du Sau! Bleib da, du Sau! Alter, kannst du mal stehen bleiben? Hier rechts oben sind zwei Sachen! Alles, ja, rechts! Baum! Wir haben schon einen Baum gefunden! Ist egal! Alter, das ist Ding imponiert! Raus! 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 Und der Baum hat uns eigentlich das gekillt! Von wo? Der Typ auch so! Der Typ auch so! Der Typ auch so! Gott bist du blöd! Ich hab eine Funnearbeit! Na 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 na! Oh, Scheiße! Da bist du nicht auf Vorfahrt! WAAA! Ich zünde gleich! Links! Oh Scheiße! Nicht! Ich mag nicht sterben, Mama! Wie du zündest! Und der Schnee dich abzudrücken! Und der Schnee dich abzudrücken! Und der Schnee dich verpiss nicht! Ich hab dich gedrückt! Ich hab nichts gedrückt! Wir hatten C4 vorne drauf und du bist auf dem Panzer drauf gefahren! Das detoniert doch dann direkt! Hopla! Hopla! Hat der sich auch gedacht! Warum ist das so gut? Oh! Ich hab Hunger! Lords, bring mir Schokolade! Oh! Hi! Das hat sich selbst ungemacht, du Arsch! Ja, weil ich mit dem Scharfschützengewehr auf das C4chen rauf geschossen habe! Ja, wie schon gesagt! Ich hab selber nichts mehr zu essen hier! Ich schon! Ich hab Schokolade! Ich hab noch... Ja, gut! Ich hab noch eine Pizza und ein paar Bratwürste und so! Aber ich hab jetzt keinen Bock mich in die Küche zu stellen! Ein Hühnchen, Roastbeef und eine Pizza! Und ich hab auch keinen Bock mir einen Toast zu machen! Ah, Stein! Ich hab doch hier noch Süßes! Ich hab doch hier noch Süßes! Ach so! Jetzt gleich wieder! Ich schläg da einen aber direkt vor dir ein! Ich kann mich mal mal schlägen! Nee, jetzt steckt jetzt keiner ein! Pick dich! Du, du bist auch! Ja, toll! Der wartet noch nicht! Kampfhelikopteich! 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 Da vorne ist ein Panzer! Okay, dann fang... Oh, nicht mal einen! Meater, bist aufs Fressen! Muckst du da rum! Ich schieb dich! Was zur Hölle treibt ihr da? Alter, warum... Alter! Gar nicht stehlen! Wird dein Panzer eigentlich automatisch... Was geht bei dir, Lutz? Was denn? Dein Panzer wird automatisch umgefärbt, wenn du einsteigst? Ja! Cool! Jetzt stürmen! Lutz, hör auf damit! Was denn? Ich will kuscheln! Was? Alter! Tja! Hauptsache die Antenne da oben drauf, die ganze Zeit... Höhli! 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 Nur kurz, den kriegen wir aber... Höhli! Aber wir sollten da weg... Der Stürm ist die Basis, ne? Jawoll, warte auf Müll! Ich werd' beschossen, krass! Höhli! Ein verdannter Jet hat dich nur mit MGs beschossen, ich bin fast tot! So! Höhli! Jetzt gib' Gas! Nicht mit der Spitze... Und tot! Nö! Jetzt aber! Nein! Oh, Entschuldigung! ich bin im kampf gefallen ich bin nicht gestorben der panzer hat einfach mal über mich rübergerollt was war das jetzt gerade da war doch einer da ist ja die politik hält du warst da robbt einer ich habe ihn das ist der kopf als ämplen alter ruhe dahinten deine meerschweinchen oder wie nein ich klicke seiten aus den bodengrund so die ziehen die ganze zeitung sieht eine ganz hoch zerreißt sie da dann kommt ihr kommen die anderen beiden nehmen das ist der risslo und tragen das nach unten nach dem motto oka ist ein welches spiel im kombi gehen den auf den sack war toll von rechts ich hab ihn lebe du sau lebe du sau lebe du sau der falsche garst du stürme weg habe ich nicht alter ich will da nicht raus garst ich will da nicht raus mama garst garst geronimo alles kreis garst du nicht mit durchgebrochen ich bin tot der erinnert schweißig park locker die sind in jedem verdammten raum da habe ich mir auch gerade gedacht wo ich auf die map gekocht habe die der glückte der welt moment mal wo bist du eigentlich sicher da rennt was da ist irgendwas ich habe ein garst entleben du sau ich lebe ich lebe mach fertig ich hab das doch nicht durchs klo erstaat durchs klo erstaat erst mal wenn du mich wiebert dann möchte ich von dir ein medic pack haben danach möchte ich das haben anate scheiße die kommt zurück na toll jetzt verbrenne ich warum hab ich standbild pc nicht abbrauchen tja lutz das war's für diese woche mit pc spielen mit 4 funktioniert nicht mehr nein